Hallo ShedX, hallo Leute, wir spielen altes Live Survival Day 7 Mod Pipapu Pimpam Pimp. Mit 40 anderen Leuten glaube ich gerade, aber das ist ein geiler Server finde ich. Jemals einfach riesen Bock zu zocken und auch meine FPS sind bei dem Regen und bei der Stadt alles immer auf geilste Höhe. Komm, lass uns. Ende. Oder? Was, lass uns? Ja, lass uns. Wohin? Weiß ich nicht, wo wollen wir hinlaufen? Was machst du da? Soll ich zurückkommen? Ja, musst du wieder auf? Ja. Egal. Du musst doch gerade noch alles händen stellen, das soll es. Ich dachte, du machst ja auch noch mal die, die wieder mitzunehmen. Ist ja nicht schlimm, ja, dann mach ich nochmal eine. Ja, die liegt doch gerade hoch drüben. Okay. Ich lass aber jetzt, wenn es weiterlaufen, dann schneidet es einfach. Hast du leider gesehen. Du bist ja drüben genau aus. Ich lebe das raus. Hans, guckst du in die Luft. Hans, guck in die Luft. Juhu. Was ist denn da oben? Also, es ist auch so wie wir das... Ja, jetzt mach ich fertig, aber jetzt ist es vorbei mit deinem Leben. Ich hab ein Helikopter. Wenn das wieder sehr funktioniert, dann geht es mir auch jetzt. Ich höre jemanden schießen. Na, es geht vom Fenster weg. Hallo, zweiter Test mit Algo. Hallo. Guten Tag. Ich hab ein, 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 ich hab ein. Du liest voll in die Mitte, die brauchen nur ein Fenster gucken, Alter. ich muss noch mal eine Plastikslade machen und eben, um zu sein abschließend N antidrinadadadadadadadada Eirgzi Eirgzi Töter Töter Warte, sind was am Fuß? Das hab ich nur wegemacht Althaz, seid mir nicht in den Sitz gefurrt Was auch, wenn du jetzt schießt, dann geht die ja mega Explosion Ja, das nächste Mal, wo wir gleich hinlaufen, nach Gravia, Purgos Altis. Äh, also hier. Okay, also müssen wir da anstatt links rechts runter. Äh, hier wird das halt gar nicht abgestimmt werden. 1,90 ja, oder ja. Ja, weißt du, nee. Ist doch klar, die sind ja noch am verarbeiten, ganz klar erst abspielen. Achso, war ich noch aufnehmen? Oh, nee, tschüss. Scheiße, ich will den Regen mal leiser machen. Ich muss nur kurz die Konfiguration. Ist ein bisschen laut, ne? Ich habe es jetzt übrigens hingekriegt. Das habe ich so eine ganze Zeit nicht schon bei mir, aber in der Aufnahme habe ich noch nicht. Okay. Alter. Alter. Ey, wir müssen hier auf anderen Diefen. Ah, Alter. Wollen wir jetzt noch eigentlich auch? Auf den, äh, Server. Wartung. Okay. Wie heißt das? Wie, wie heißt das? Guck mal, Currywurst. Äh, Alter. Oh, ich muss ihn mal raustappen, das ist scheiße. Der lädt aber noch am Hochladen. Ich werde das mal entfernen. Ich werde das mal entfernen. Und das entfernen. So. Jetzt müsste eigentlich nur eins da sein. Also. Das ist ja auch. Wie heißt das? Hm, wirklich. Ich hab die Kräfte. Ich hab die Kräfte. Auf jeden Fall. Das ist ja auch. Auf jeden Fall. Ok, können wir weitergehen? Ne, warte. Ich muss ja noch erst das downloaden. Was denn jetzt? Ja, warst du hochgeladen? Es war ab Regen, Alter. Hm? Warte, ich guck mal, was steht da vorne. Du hast farbigen Regen? Okay, dann... Konjita Wurst kommt zurück! Ey, folg mir, komm! Warte. Ich muss Holz sein. Ey, wie laufen die Hauptstraße? Ja, geh mal hier. Lalalala. Ja, ich muss die Grafik einstellen noch ändern. Die hab ich hier... Weil ich musste meine ganzen Profile komplett neu machen. Ich hab auch mal ein Profil. Ja. Ich wollte mit Falconer auf dem E-Box selber zocken, wurde ich mal rausgekickt. Wie heißt ich eigentlich? Äh, Marius. Marius Punkt. Danke. Das war Donner, ne? Hoffe ich mal. Und keine Sniper. Ich hör ein Auto. Oder? Ne. Ein Offroader. Ja. Ich kann nicht so schnell. Ich bin nur ein bisschen voller beladen wie du. Ich fett. Okay. Okay. File transfered complete, sagt er mir gerade. Hacke. 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 Nicht runter. Also wenig misst auch wenn da ein Tier ist, ne? Ja, ich lasse die Aufnahme weiterlaufen. Schneid da ein bisschen mit rein und so. Schneid was raus, schneid was rein. Zum Beispiel dein Pupsuch gerade. Dein Pupsuch. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hallo, ich muss mich hinlegen. So, das kannst du jetzt rannt schnell. Ah, Spleungen. Hopp, 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 hopp. So, da war dein Pupsuch in der Ecke. So, da war dein Pupsuch in der Ecke. So, da war dein Pupsuch in der Ecke. Oh, das ist ein Pupsuch. So, das ist ein Pupsuch. Toll, ihr wächst gerade. Was? Die Maus muss ab und zu noch mal ein bisschen zurückgucken, ne? Ich lasse uns gleich ein Auto von hinten anfährt und dann sind wir tot und dann ist alles weg. Alles safe. Safe. Safety first. Boing. Falt, transfer. Ecke, mal kurz in den Busch weiter. Ecke, mal kurz in den Busch da. Ecke. Was ist das für ein Dicke? Ach. So. Ja. Okay. Okay? Yes. And now on the other side. Almost... ...the business from... ...the orphan to the Pintay... Hey. Hey, there is... There is a mine... ...is that... Sh, sh, sh... ...is that... ...is that... ...to the flip side... ...is that... ...so... ...so... Mario, it's that... ...I thought I had a mine... ...so... ...is that... You hear me? You are calling me. I don't know if... Yeah, I'm not talking about... ...the right server... ...the right server. I'm not talking about... ...a... ...to the right server. Oh... Ah... Oh, no. Ah. Is there a push? I'm calling you... ...the right inside the window. Disconnected. So, jetzt hörst du mich aber wieder, ne? Ja. Ich war ja noch drüben. Warum sagst du denn nix? Das hast du gesagt. Ja. Ja. Wo bist du? Ah! Alter! Ist doch nur Drohne hier irgendwo am rumfliegen. Es gibt ja Drohnen? Ja klar. Ja, hab ich vor dir im Gras versteckt. Ach ne, wir waren ja erst mit dem Altes an. Äh, Altes. Der Nebel kommt immer dichter. Ja. Ja. Nur zusammen zocken. Können wir nicht alle zusammen zocken? Eine Einheit gegen die Zombies? Ja. 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 Gras! Gras. Gras. Hat ja hier brennt, hier brennt sie irgendwo. Ach ne, es ist Nebel. Hm? Er war nicht, sie hat hier. Ach, ich habe verstanden. Ich sehe dein Auto. Ich sehe aber alles. Ich habe den ganzen Zeit eine Drohnen-Geräusche im Ohr. Oder das ist eine Lücke. Ich hatte, glaube ich, das einmal in meinem Zimmer eine Lücke. Ja, bei deinem Krankenhauszimmer. Was? Ja, bei deinem Krankenhauszimmer. Sag doch mal was. Ich bin schon wieder langsamer. Warte. Manchmal hörst du dich ganz komisch an. Wieso? Red mal die ganze Zeit. Ja, da musst du das Mikro ein bisschen näher in den Mund machen. Sonst kann ich lieber... Okay, das war komisch. Ich höre mich hier im Echo. Hörst du mich auch im Echo? Nein. Okay, ist gut. Na, bist du ruhig. Ey! Mann! Da musst du mir alles nachreden. Wo ist denn du? Ich laufe wieder. Bist du noch da hinten? Wo bist du denn schon wieder? Da geradeaus geraten. Rechts vor mir ist die Straße. Hörst du eigentlich gar nicht so auf die Sounds nebenbei? Hast du eigentlich... Hast du nicht mitbekommen, dass ein Auto vorbeigefahren ist? Nein. Das ist ja wohl nur ein Knaller. Wie spielst du denn? Echo. Ich bin schon wieder hin. Ich bin schon wieder kaputt. Aua! Ich warte mal hier am Straßenrand auf dich, ne? Ich bin im Feld. Warte, ich mach mal ne Rauchgranate. Hä? Wieso werfe ich die nicht? Ach, die muss ich hier rüber tun, ne? In meinem Beutel. Ha, ha. Da ist eine Buschreihe. Und jetzt ist es bei der Buschreihe nur. Also ich kann das jetzt nicht sehen. Sie ist auch zu beschrei. Ach, das ist ja Munition. Die kann man gar nicht werfen. Ach, ich hab mich den Zaun vollkommen. Naja, das wird im Echel geht natürlich. Das ist ja geiler. Du wirst deine Straße jetzt. Ich muss jetzt eigentlich zur Straße kommen. Jetzt soll ich. So, jetzt halt. Oh, my glory. Wer ist denn das? Das sieht der Stefan. Ich muss schnell auf den Stellen. Er ist zu spät. Wer weiß denn, dass wir hier sind? Ich muss sich da keiner sehen. Hä? Muss die Straße sehen? Dies weg. Strafe ich weg. Ach so, dann. Ach so, dann. Ach so, dann rechts. Ja, ich seh doch. Die sind hier in der Laterne. Und wo bist du? Müssen wir eigentlich hier? Ja, ich seh nicht. Ich seh nicht. Gut. Nochmal weiter links. Da ist so ein Militärpunkt. Wo siehst du denn? So Militärkanträder. Vielleicht mal mit stehen. Okay, okay, ja. Ich will. Hallo. Hinter dir da. Da hinten ist mir die Deck. Da bist du. Da willst du hin? Nein, rechts. Ja, da hinten hin. Ja. So weit noch laufen? Komm. Okay. Und den Link von dem Server packen wir natürlich auch in unsere Beschreibung. Oder nicht, Marius? Nehmst du jetzt gar nicht. Ja. Ja. Ja.